Stimme! 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 Da gibt es dann auch noch weitere Beschränkungen, was persönliche Kontakte betrifft, damit wir gut vorbereitet sind. Wenn die neue Variante des Virus dann auch sich überall in Europa ausbreitet. Mit den Ministerpräsidentinnen und Ministerpräsidenten wird jetzt gerade vorbereitet, eine Entscheidung, die morgen zu treffen ist. Sie wird sicherlich private Kontakte auch von Geimpften noch mal etwas mehr zusammenfassen und einzelne in dieser Richtung liegende zusätzliche Entscheidungen treffen. Stimme! Es ist eine politische... Es geht ein... Es geht ein... Es geht ein... ...Hier ist ein... Es geht ein... Es geht ein... Untertitelung des ZDF, 2020